Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du kennst ja alles, da hab ich schon gemerkt, du kennst John French wahrscheinlich sogar persönlich, oder? Ne, ne. Du kennst dieses schurrile Drumming von... Ja, ja, ich hab natürlich Trout Mask, Reply Count, all die Sachen und so. Genau, und in dem Fall ist so, ne Schlagzeugeridee ist, aber das machst du jetzt sowieso, Dave Mattox. Britischer Hammer, Fairfax Convention. Relativ basic, aber genauso, genauso. Relativ einfach, oder? Ja, ja. Ja, ne Schlagzeuger. Da hast du wirklich diese... Ja, ja. Genau, und er spielt ja auch den schönen... Wumm... Wumm... Diesen... Ja, ja, Bass und so. Gut, dann können wir noch mal die Akkorde checken. Du hast ja richtig gespielt. Ja, aber das hört sich immer... Der Wechsel, es ist ungerade. Ja, ja, es ist eine zehntaktige Form und dann kommen noch mal vier Takti, die einmal wiederholt werden, aber erst beim vierten Mal... Ah, es ist zehntaktig, das hab ich gedacht. Doch... Aber der Wechsel wird sich... Es kommt ja nur einer an hier... Ja, ja genau. Aber wie wird es am Punkt noch einmal an... Das kommt nur ein... Untertitelung des ZDF, 2020